Hi und Willkommen zu meiner allerersten Podcast-Folge von dem Podcast A Better Plan. Es freut mich mega, dass ihr alle eingeschaltet habt, egal ob ihr jetzt auf YouTube dabei seid oder auf Spotify. Ich bin einfach mega happy, dass dieses Projekt jetzt hier seinen Start findet. Und ich dachte, in der heutigen Folge erkläre ich euch einfach mal so ein bisschen, was mein Ziel mit dem Podcast ist, was euch hier in den nächsten Wochen so erwarten wird und fangen auch ein bisschen an, von mir zu berichten. Aber erst mal zu dem ganzen Projekt, warum sitze ich jetzt hier mit einem Mikrofon und mache plötzlich auch noch einen Podcast, wobei es ja eigentlich schon so unendlich viele Podcasts gibt. Ich habe mir überlegt, ich möchte mit meinem Content ja immer so verschiedene Zielgruppen erreichen und immer irgendwie einen Mehrwert bieten. und mir ist gerade bei mir und auch bei vielen Freunden in den letzten Jahren aufgefallen, dass ein riesiges, schwerwiegendes Thema Berufsorientierung ist. Und irgendwie kriegt man hier und da mal was mit, wie einem geholfen werden kann, dass man einen Test von der Agentur für Arbeit machen kann oder irgendwelche verschiedenen Online-Tests oder studier doch einfach mal und guck dir was an. Und ich habe gedacht, naja, so kann es ja eigentlich nicht funktionieren. Und habe halt auch bei mir und allen möglichen Leuten miterlebt, dass es so nicht funktionieren kann und habe deswegen überlegt, okay, ich möchte da irgendwie ein bisschen mit gegen ankämpfen. Und deswegen sitze ich jetzt hier und zwar das erste und einzige Mal allein in diesem Podcast. Denn wie gesagt, heute werde ich euch ein bisschen vom Podcast und von mir erzählen. Eigentlich geht es hierbei aber darum, ein Interviewformat zu führen, nämlich dass ich immer mit einer anderen Person hier sitze und wir uns darüber unterhalten, was diese Person eben beruflich macht, wie ihr Weg nach der Schule ist, welche Entscheidungen sie getroffen hat, was sie jetzt macht, was ihre Karrieremöglichkeiten sind, was sie vielleicht sagen würden, was Eigenschaften sind, die man haben sollte, wenn man diesen Beruf oder diesen Bildungsweg ausführen möchte, was sie sagt, was vielleicht nicht so relevant ist. Also einfach alles um verschiedene Berufsbilder, Studienmöglichkeiten oder einfach generell Wege, die man gehen kann nach der Schule, nach dem Abitur, aber auch nach einer Ausbildung, nach einem Studium einfach in der Berufsweiterentwicklung gehen kann und welche Möglichkeiten man eben hat, sein Geld zu verdienen und dabei hoffentlich auch noch glücklich zu werden. Ich weiß, das ist ein ziemlich großer Vorsatz und den werde ich so nicht ganz erfüllen können, aber ich möchte euch einfach verschiedene Perspektiven aufzeigen mit diesem Podcast, weil mir während meiner Recherche für meine berufliche Laufbahn einfach aufgefallen ist, dass es so unendlich viele Möglichkeiten gibt, von denen man aber noch nie irgendwas mitbekommen hat. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das doch jetzt einfach mal und habe mir schon ein paar Leute eingeladen. Wenn aber auch du Lust hast, hier in diesem Podcast von deinen Erfahrungen, von deinem Weg zu erzählen, dann würde ich mich wirklich mega, mega darüber freuen. Ich schreibe euch einfach meinen Instagram-Namen hier einmal hin, wenn ihr auf YouTube seid, verlinke ihn euch aber auch. Ich heiße aber auch sarahselin.x auf Instagram und TikTok, da könnt ihr mir einfach schreiben und vielleicht ergibt es sich ja dann wirklich, dass wir hier zusammensitzen, weil ich möchte einfach mit diesem Format möglichst viele Möglichkeiten und Berufswege abdecken, um einfach möglichst vielen Hörern einfach verschiedene Perspektiven aufzuzeigen. Und da es in dem Gespräch ja dann auch immer so ein bisschen wahrscheinlich um einen Vergleich gehen wird, so wenn ich auch mal was von mir einwerfe und die andere Person dann sagt, ja, bei mir ist es aber so und so, dachte ich, hole ich euch mit dieser Folge erst einmal komplett zu meinem Weg ab, damit wir da einfach alle ungefähr auf der gleichen Base sind und dann können wir in den nächsten Wochen ins Gespräch treten. Schreibt mir doch auch gern mal in die Kommentarfunktion von YouTube und ich glaube, auf Spotify kann ich das auch einfügen und auf anderen Podcast-Plattformen weiß ich gar nicht, ob das funktioniert, aber schreibt mir doch, wenn ihr die Möglichkeit habt, gerne hier und ansonsten auch wieder über Instagram, was ihr gerne hören wollt, was soll ich mit den Leuten besprechen, was interessiert euch. Vielleicht auch gewisse Wege oder Berufsbilder, die euch interessieren, die ich hier mal interviewen soll. Vielleicht finde ich ja dann wirklich jemanden, mit dem ich ins Gespräch treten kann. Es würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn wir das hier so anpassen können, dass ihr auch wirklich was davon mitnehmen könnt, weil, wie gesagt, ich möchte hiermit ja einen Mehrwert bieten und ich hoffe einfach, dass, wenn ihr eure Wünsche äußert und ich dann darauf eingehen kann, dass wir ja alle auf einen guten gemeinsamen Nenner kommen und ja, ich hoffe, ich rede nicht zu schnell. Ich habe immer die Angewohnheit, viel zu schnell zu reden. Wenn ja, dann hoffe ich, ich versuche es jetzt ein bisschen langsamer zu machen. Ich merke nämlich, ich bin definitiv zu schnell. Aber dann erst mal zu mir. Also, mein Name ist Sarah. Ich mache mittlerweile seit zwei Jahren YouTube, aber das Ganze ist wirklich nur ein kleines, kleines Hobby. Also, das hat jetzt mit meiner Berufslaufbahn hier absolut nichts zu tun. Ich bin 20 Jahre alt und habe vor anderthalb, beziehungsweise zwei Jahren mein Abitur gemacht und mache jetzt ein duales Studium. Das erst mal so ganz grob vorneweg. Aber ich würde sagen, wir fangen ganz von vorne an, weil ich finde, so eine Berufslaufbahn oder auch die Art und Weise, wie Berufsorientierung vorgenommen wird, fängt ja eigentlich viel früher an, nämlich in meinem Empfinden schon mit der Schulwahl. Bei mir war das nämlich so, dass ich in der vierten Klasse, so ist es nämlich hier in Hessen, dass man in der vierten Klasse dann Schule wechselt zur fünften Klasse hin und dann eben etwa neun Jahre macht, wenn man den Hauptschulabschluss macht, zehn Jahre für den Realschulabschluss und mit Q8, mit G8, so heißt es, zwölf Jahre für ein Abitur oder mit G9 13 Jahre für ein Abitur brauche. Und bei mir war es so, dass ich Ende der vierten Klasse, als dann die Entscheidung anstand, gehe ich zur Hauptreal- oder Gymnasialschule, die Lehrer eben gesagt haben, Realschule ist das Passende für das Mädchen. Und das war ja auch völlig fein. Das einzig Unangenehme daran war, dass all meine Freunde dann gemeinsam auf einem Gymnasium gegangen sind und ich dann ganz alleine mit noch ein oder zwei anderen aus der Klasse, mit denen ich aber nicht sonderlich viel zu tun hatte, auf eine Gesamtschule gegangen bin. In der Gesamtschule war das dann so, dass man die fünfte und die sechste Klasse so eine Förderstufe hatte, bedeutet, man war nochmal mit allen Schülern zusammen, egal jetzt ob Haupt-, Real- oder Gymnasialempfehlung, und man hat einfach so ein bisschen nochmal zusammengearbeitet und wurde von den Lehrern nochmal ein bisschen mehr, ich sag mal, beobachtet, welches Level man denn nun wirklich erfüllt. Und ich muss zugeben, das war für mich wirklich die perfekte Lösung, weil ich in den zwei Jahren einfach gemerkt habe, dass ich einfach nur ein bisschen mehr Mühe reinstecken muss, in Schule und es hat angefangen, mir Spaß zu machen, ich habe angefangen, eine Leidenschaft dafür zu entwickeln, Englisch zu lernen, habe meinen Spaß an Mathe wirklich gefunden und hatte so dann am Ende dieser zwei Jahre eine klares, klare Gymnasialempfehlung. Ich habe nebenbei in der Schule auch an Theater-AGs teilgenommen oder ähnliches und muss wirklich, wirklich sagen, dass ich sehr froh war, dass ich gemeinsam mit meinen Eltern diese Entscheidung getroffen habe, auf diese Schule zu gehen, weil ich dadurch einfach ganz andere Erfahrungen sammeln konnte und halt auch wachsen konnte und dann wirklich problemlos auf den Gymnasialzweig gehen konnte, ohne mich dann von der fünften Klasse an durch irgendwas durchzuquälen. Ich habe deswegen an sich auch wirklich sehr positive Assoziationen mit Schule. Ich kam immer gut klar mit den Lehrern, meistens auch mit meinen Mitschülern. Ich war jetzt nicht die allerbeliebteste, es gab auch so ein, zwei Mobbing-Probleme, aber ich bin ehrlich, mittlerweile stehe ich da drüber. Ich weiß, dass es mich damals schon öfter verletzt hat, aber es war trotzdem nie so schlimm, dass ich Schule wirklich gehasst habe und nicht gern zur Schule gehen wollte. Und so bin ich dann eben von der siebten bis zur zehnten Klasse wirklich gerne und immer zur Schule gegangen und habe dann nach der zehnten Klasse an dieser Gesamtschule meinen qualifizierten Realschulabschluss gemacht und hatte damit eben eine Empfehlung für die Oberstufe. Denn die Schule, die ich besucht habe, die hat keine Oberstufe angeboten, also nach der zehnten Klasse musste man diese Schule verlassen und dann eine andere wechseln. Die Schule hat dann eigentlich eine Verbundsschule, an der man einfach zur Oberstufe gehen kann, und da ich aber ja doch die ein oder andere negative Erfahrung mit den Leuten vor Ort gemacht habe, ja, habe ich mich dazu entschieden, nicht zu dieser Verbandsschule zu gehen und habe mich dazu entschieden, das Gymnasium zu besuchen, was seit der fünften Klasse all meine Freundinnen besucht haben. Und da wir bis heute immer noch im Kontakt waren und auch sie neue Freunde gefunden hatten und ich auch diese Freunde kennengelernt hatte, wartete da einfach eine riesige Freundesgruppe auf mich. Und wie gesagt, ich fand Schule vorher schon nicht schlimm, aber diese drei Jahre Oberstufe haben mir einfach unendlich viel Spaß gemacht, weil ich plötzlich etliche Freunde in der Schule hatte. Ich habe mich jeden Tag auf jemanden gefreut, den ich dort sehen konnte, viele Leute, die ich wieder getroffen hatte, mit denen ich gemeinsam Bus fahren konnte und es war für mich einfach eine wirklich, wirklich schöne abschließende Schulzeit. Leider allerdings geplagt von Corona, denn ich habe nur knapp anderthalb Jahre vor Ort dort verbracht und zwischendrin sehr viel Zeit im Lockdown. Und ich muss sagen, ich habe in diesem Lockdown für mich festgestellt, dass ich Präsenzlernen doch sehr schätze und dass das für mich eine sehr gute Variante ist, zu lernen. Also, dass ich sehr gerne mit Menschen zusammenkomme, vor der lehrenden Person sitze und eben Inhalte so veranschaulicht bekomme und in Gruppen gerne lerne. Während dieser Corona-Zeit, es waren noch knapp anderthalb oder zwei Jahre bis zum Abi, kam dann aber doch schon in meinem Kopf die Frage auf, was möchte ich eigentlich nach dem Abi machen? Denn ich weiß noch, dass ich in der fünften Klasse mal einen Flyer im DM gesehen habe, dass man bei DM ein duales Studium machen kann. Und ich fand das einfach mega, mega cool, dass man während des Studierens Geld verdienen kann. Denn ich hatte bisher in meiner Familie niemanden, der studiert hat und deswegen hatte ich, um ehrlich zu sein, nicht so ganz den Plan, was Studieren eigentlich bedeutet. Ich weiß immer, das macht irgendwie nur diejenigen, die das Geld dafür haben und dass man dafür eben Geld bezahlen muss und nichts verdient. Ich bin ehrlich, Sarah in der 11. Klasse hatte ansonsten nicht wirklich viel Plan vom Studieren und deswegen habe ich dann gerade den Corona-Lockdown genutzt, um mich ein bisschen zu informieren. Und ich habe schnell herausgefunden, dass Studieren doch nicht an sich so teuer ist, wie ich dachte und absolut machbar wäre. Aber dass man eben beim dualen Studium Geld verdienen kann, das hat mich schon sehr, sehr gereizt. Und auch, dass man Theorie und Praxis miteinander vereinen kann. Ich habe gemerkt, dass das für mich einfach die perfekte Variante wäre, um am Berufsleben teilzunehmen und so meinen Einstieg zu finden. Ich weiß gar nicht genau, wann es diesen Klick gemacht hat, aber irgendwie ist gefühlt für mich dann schon immer klar gewesen, okay, ich möchte ein duales Studium machen. Ich habe dann also, wie man das so macht, online angefangen, mich zu informieren über duales Studium. Und wenn man über duales Studium was sucht im Internet, dann ist vor allem das, was man herausfindet, dass man sich sau früh bewerben muss und dass es eben nur wenige Unternehmen und Hochschulen gibt, die das bisher anbieten. Und ich habe dann so recherchiert und habe gedacht, naja, mein Lieblingsfach ist Mathe, aber ich bin auch kreativ und ich mag es, Sachen zu basteln, zu gestalten. Und bin dann relativ schnell auf ein Angebot der Hochschule in Wiesbaden gestoßen, die Medieninformatik angeboten haben. Und ich hatte bis dahin ein paar Wochen mich damit beschäftigt, aber ich bin immer ganz schnell angefixt von so Schnapsideen. Und so war das auch da, weil für mich stand dann fest, ich werde Medieninformatik studieren. Ich mache das jetzt. Das wird es werden. Also ja, ich habe ganz stolz meinen Eltern erzählt, ja, ich glaube, ich ziehe nach Wiesbaden. Und auch damals schon mit meinem Freund gesprochen und gesagt so, ey, wie wäre das eigentlich für dich, wenn ich nach Wiesbaden ziehen würde? Wäre das okay? Habe schon nach Wohnheim gegoogelt, ne? Naja, ich war ja gerade erst in der 11. Klasse und völlig überzeugt von der Idee, dass ich jetzt weiß, was ich mache. Und habe dann auch schon mit der Hochschule telefoniert und habe da einfach mal gefragt, wie das so ist mit Wiesbaden, wie die das so empfehlen. Und habe an so einer Beratung teilgenommen. Und dann haben die mich auch schon gefragt, wann ich den studieren möchte. Dann meinte ich so, ja, anfangen würde ich in zwei Jahren. Und dann haben auch die schon ein bisschen gegrinst. Aber ich war mir in meinem Plan sehr sicher. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass Informatik vielleicht doch nicht das Perfekte für mich ist. Und naja, dass ich, glaube ich, hier wohnen doch bevorzugen würde, als wegzuziehen. Und wegen der Kombination bin ich dann darauf gekommen, okay, vielleicht hast du dich da ein bisschen in was verrannt. Schau doch einfach nochmal weiter, was es hier für Angebote gibt. Das war dann so, ja, Anfang zwölfte Klasse. Und ich habe überlegt, okay, ich schaue jetzt nochmal. Und habe einfach gegoogelt duales Studium und habe den Ort eingegeben, wo ich wohne, die weiteren Städte. Und bin dann relativ schnell dazu gekommen, dass es bei uns in der Nähe kein wirklich gutes Angebot für ein duales Studium gibt. Ich war also, um ehrlich zu sein, ein bisschen gefrustet, weil ich gedacht habe, scheiße. Ich dachte, ich habe einen guten Plan und ich weiß, was ich machen will. Und jetzt stehe ich wieder so vor dem Nichts. Und habe dann aber, ich weiß gar nicht mehr, wie genau das Angebot von der THM gefunden, dass man auch an der THM dual studieren kann. Die THM ist die Technische Hochschule Mittelhessen und hat verschiedene Standorte in Hessen verteilt. Meistens kennt man allerdings nur den größten Standort in Gießen. Und ich habe dann so ein bisschen Zeit auf der Website von der THM verbracht und bin dann da auf ein Unternehmen aufmerksam geworden, was ein Partner oder halt eine Studentin für ein duales Studium gesucht hat, welches ich schon durch ein Schulprojekt kannte. Wir haben nämlich in der Schule auch während Corona so Startups gegründet, die nie in die Realität umgesetzt worden sind. Aber es ging einfach darum, das Hintergrundwissen dazu zu entwickeln. Und da war dieses Unternehmen eben in Kooperation mit uns. Und ich kam mega gut mit den Kollegen von dort klar. Und die haben uns super behandelt. Die haben uns geholfen, unser Projekt wirklich umzusetzen. Und man hat sich wirklich unterstützt gefühlt. Und ich war echt happy, dass ich dieses Unternehmen jetzt dort wiedergefunden habe. Und habe mich dann für das duale Studium Mittelstandsmanagement mit diesem Unternehmen beworben. Und irgendwie kam vorher für mich dieser Moment nicht oder ich hatte diese Realisation nicht. Aber dann, als ich das erzählt habe, ist mir aufgefallen, dass in der Familie von meinem Freund tatsächlich jemand Mittelstandsmanagement an der THM studiert. Und wir haben uns dann viel unterhalten und er hat mir erzählt, was er so macht. Und ich weiß, für viele ist das nicht verständlich, für sehr viele wahrscheinlich nicht. Aber es hat mich einfach wirklich richtig begeistert. Ich war schon immer jemand, der Spaß an Zahlen auch hatte. Ich wollte jetzt aber nicht nur in die Finanzierungs- oder irgendwie Mathematikrichtung gehen, weil ich halt eben auch diesen kreativen Aspekt bedienen wollte. Und habe dann gedacht, ey, das klingt perfekt. Ich kann sowohl die mathematischen Grundlagen für Unternehmenswissen und ähnliches stärken, als auch meine Kreativität ausleben und bin mit diesem Mittelstandsmanagement noch nicht so gebunden. Und dann habe ich mich bei dem Unternehmen beworben und noch bei einigen weiteren Unternehmen und hatte dann relativ schnell im Herbst 2021 Bewerbungsgespräche. Die meisten waren zu dieser Zeit noch online, da es ja immer noch Corona war. Jedlich zweimal war ich in Präsenz da und habe eben viele, viele Bewerbungsgespräche getätigt, weil ich dachte, ich möchte einfach auf Nummer sicher gehen. Ich weiß, dass ich das machen möchte, dass ich dieses duale Studium machen möchte. Also möchte ich jetzt auch ein Unternehmen finden. Und ja, das hat dann auch relativ schnell geklappt. Also ich habe tatsächlich mehrere Zusagen bekommen, habe mich aber aufgrund meines Bauchgefühls dann darauf verlassen, einfach zu dem Unternehmen zu gehen, was ich schon kannte, mit dem ich diese Schulkooperation schon hatte und studiere dann jetzt seit August 2022 wirklich mega glücklich mit diesem Unternehmen zusammen, mein duales Studium Mittelstandsmanagement. Und ein duales Studium ist ein bisschen anders aufgebaut als ein normales Studium. Denn es ist so, dass man auch die klassischen Semester hat. Man zahlt auch selber seine Gemästergebühren. Man zahlt auch selber seine Semestergebühren. Das nun mal hier als kleine Warnung, sage ich mal vorab, weil irgendwie liest man ja online voll oft, dass die Studiengebühren übernommen werden. Das stimmt aber nicht. Also euren Studienbeitrag müsst ihr tatsächlich selber zahlen, aber ihr bekommt ja ein Gehalt. Das bedeutet, ihr könnt von dem Gehalt dann diesen Semesterbeitrag zahlen. Und es sind eben Vorlesungszeiten und dann wieder so freie Zeiten. Und in den freien Zeiten, in denen eben man, wenn man an einer normalen Hochschule oder Universität studiert, dann frei hat oder lernt und Klausuren schreibt, da gehen wir im dualen Studium dann arbeiten. Es gibt auch dazu nochmal Unterschiede, nämlich ein duales Studium im Blockmodell, so wie es bei mir gerade wie beschrieben ist, oder so, dass das halt innerhalb der Woche so gesplittet ist. Darüber kann ich euch aber nicht viel erzählen. Aber wenn es euch interessiert, dann schreibt das doch gern mal. Vielleicht kann ich mich ja mit jemandem auseinandersetzen, der eben dieses andere Modell des dualen Studiums hat. Und wir können das Ganze hier im Podcast einfach mal ein bisschen miteinander vergleichen. Ich fange dann aber jetzt erstmal ein bisschen an, über den praktischen Teil zu berichten, weil sich da deutlich mehr Unterschiede zeigen, als im theoretischen Teil jetzt im Vergleich zu einem normalen Studium. Und das ist so, dass das Studium dann nicht wie gewohnt im Oktober startet, sondern im August. Und man geht erstmal für acht, neun Wochen arbeiten im Unternehmen. Ich war also da so ganz aufgeregt zum ersten Arbeitstag da. Und das hat wirklich mega cool begonnen. Wir haben nämlich erstmal eine Werksführung bekommen, haben ein paar Kollegen kennengelernt. Wir haben mit 25 oder 26 Studenten gemeinsam angefangen. Wir haben uns untereinander kennengelernt. Wir haben eine IT-Schulung bekommen. Also man wurde wirklich so ganz sanft ins Arbeitsleben reingespült. Und ja, ab Tag drei waren wir dann auch tatsächlich direkt so im Arbeitsleben gefangen. Gefangen ist völlig falsche Wort an der Stelle, aber wir wurden einfach ins Arbeitsleben eingeführt. Ich wurde also direkt einer Abteilung zugeordnet und diese Abteilung hat mich dann am Mittwochmorgen abgeholt. Genauer genommen ein Kollege und dieser Kollege war als Betreuer für mich von da an zuständig für diese Praxisphase. Also für diese Arbeitsphase bis das Semester beginnt. Ich war dann als erstes im internationalen Verkauf eingeteilt und ich muss euch sagen, diese ersten Tage waren schon wirklich, wirklich krass für mich, weil man sitzt plötzlich in einem Büro mit vielen Kollegen, die auf Englisch arbeiten. Da fallen Begriffe. Man bekommt am ersten Tag Programme gezeigt wie Power BI, SAP und verschiedenste Excel-Tabellen, die einfach vom Niveau so unfassbar über das hinausragten, was ich bisher kannte, dass ich wirklich mega überfordert war und habe gedacht, was zum Teufel soll ich hier? Also ich weiß, dass ich mega glücklich war, weil die Kollegen waren alle nett zu mir. Sie haben mir super lieb die Sachen alle erklärt und gezeigt. Aber ich habe trotzdem irgendwie gedacht, es ist doch nutzlos, was ich hier mache. Was mache ich hier? Das werde ich doch nie im Leben verstehen. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn man direkt anfängt, mit diesen Sachen zu arbeiten und die ersten Tage wird man ja nicht alleine da stehen gelassen, sondern man schaut dem Kollegen über die Schulter. Man bekommt die erste kleine Aufgabe. Hey, schau doch einfach mal nach der Zahl. Weißt du noch, wie das ging? Du musst da und da klicken und dann siehst du diese Zahlen. Und das war einfach von Tag zu Tag immer mehr, dass so eine Selbstständigkeit aufkam. Also es war wirklich so, die ersten zwei Wochen bin ich wahrscheinlich mehr hinterhergelaufen, habe dumme Fragen gestellt, als keine Ahnung wer. Aber ich wurde immer lieb behandelt, mir wurden meine Fragen immer beantwortet und ich habe so einfach Schritt für Schritt da reingefunden, wie so ein Arbeitstag abläuft. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich in einem Unternehmen bin, in dem man auch Homeoffice machen kann. Das heißt so, ab Woche drei oder vier habe ich dann auch angefangen, einzelne Tage allein im Homeoffice zu arbeiten, habe angefangen, eigene Präsentationen zu erstellen, vielleicht auch eigene Daten zu recherchieren und habe wirklich einen Teil dazu beigetragen, dass diese Abteilung produktiv arbeitet. Jetzt natürlich nicht so bedeutend wie jeder andere Mitarbeiter, aber ich war dann wirklich in diesem Arbeitsumfeld integriert und war nicht nur so ein dämlicher Praktikant, der Kaffee holt. Und ich muss sagen, das habe ich einfach sehr geschätzt, dass ich wirklich diesen Einblick bekommen habe und mich nicht unnütz gefühlt habe und schon so meine ersten eigenen Arbeitserfahrungen sammeln konnte. Und auf diese Praxisphase hin folgen ja dann noch weitere. Ich bin mittlerweile in der dritten und auch in meiner zweiten Praxisphase bin ich wieder in dieselbe Abteilung, weil es mir einfach so gut gefallen hat. Diesmal dann allerdings mit einem anderen Kollegen, einfach damit ich einen bisschen einen anderen Arbeitsalltag nochmal erleben kann. und wir haben einfach gemeinsam an einem Projekt gearbeitet. Ich habe schon mit Kollegen telefoniert und Sachen erfragt. Ich habe einen eigenen Workshop für eine Messe vorbereitet, war dann eine Woche mit auf dieser Messe, habe auf der Messe Kollegen kennengelernt und konnte so tatsächlich auch das Büro und die Niederlassung in der Schweiz die Woche darauf besuchen. Und ich muss sagen, ich war wieder völlig überwältigt, aber so positiv, weil ich sage euch ehrlich, ich habe morgens meine Stoffhose und meinen Blazer angezogen, meinen Laptop in die Hand genommen und habe gedacht, ja, ich gehe jetzt arbeiten. Und es hat mir so einen Riesenspaß gemacht zu arbeiten und ich habe ein Interesse daran gefunden, dass ich wirklich wieder für mich gemerkt habe, das war die richtige Entscheidung. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch mit Freundinnen geredet und wir waren uns einfach alle einig, dass es von jedem von uns das Ziel ist, dass man so an die Arbeit geht, dass man sich einfach freut, wenn man das Richtige für sich gefunden hat und da wirklich Spaß drin findet. Und ich muss sagen, ich bin wirklich mega, mega happy, dass das bei mir jetzt scheinbar mit dem ersten Versuch schon so gut geklappt hat und hoffe einfach, dass ihr mit diesem Podcast auch vielleicht den Mut dazu bekommt, dass wenn es bei euch noch nicht so ist, dass ihr vielleicht auch einfach euren Arbeitgeber, euren Berufszweig oder was auch immer wechselt, damit ihr annähernd dieses Gefühl von Freude bei Arbeit erleben könnt. Und ja, ich habe diese zweite Praxisphase auch da wieder genossen, habe aber gemerkt, dass ich nochmal einen anderen Weg von Arbeiten erleben möchte, einfach eine andere Abteilung und bin dann heraus aus dem Verkauf und habe gesagt, hey, wie wäre es denn, wenn ich für die nächste Praxisphase mal ins Social-Media-Team gehen könnte? Das habe ich eben mit meiner Personalleiterin abgesprochen. Sie hat gesagt, hey, ja, das können wir machen. Und deswegen habe ich jetzt die dritte und meine letzte Praxisphase damit, also nicht letzte Praxisphase im Studium, sondern die, ja, die ich zuletzt erlebt habe, im Social-Media-Team verbracht und hatte auch da wieder unendlich viel Spaß. Ich konnte selber Content kreieren, diesen auch auf den Unternehmensseiten posten, ich konnte die Analytics im Auge behalten. Ich konnte wirklich schon wieder richtig, richtig mitarbeiten und war einfach auch im Team richtig integriert. und ich muss sagen, ich habe meine Erfahrungen gesammelt, ich weiß jetzt vielleicht, was mir Spaß macht, was mir nicht so viel Spaß macht. Ich habe gemerkt, dass ich schon aber auch sehr viel Spaß daran habe, so Zahlen zu analysieren und so und ich will jetzt gar nicht so auf meine persönlichen Präferenzen eingehen, sondern einfach nur, um euch zu zeigen, dass man eben durch dieses duale Studium noch gar nicht so wirklich dann auch festgefahren ist, sondern es ist vielleicht sogar viel mehr der Vorteil, dass man sich schon während des Studiums in so vielen Bereichen eben ausprobieren kann, und so schon während des Studiums vielleicht genau herausfiltern kann, welche Stelle es für einen denn vielleicht mal werden könnte. Und ja, weil zum dualen Studium aber nicht nur Arbeit, sondern eben auch noch das Studieren gehört, erzähle ich euch jetzt nochmal ein bisschen was über die Theoriephasen, weil die zwar ähnlich zu den klassischen Studienphasen an Universitäten oder Hochschulen ablaufen, aber dann doch wieder in sich ein bisschen anders, denn ich habe jetzt den Vergleich zu einigen Freundinnen, die an der Universität oder auch Hochschule hier in der Nähe studieren und die haben es eben so, dass sie einen wöchentlich wiederkehrenden Stundenplan haben, also jeden Montag Mathevorlesung, jeden Dienstag Psychologievorlesung und ja, das führt sich bis Ende der Woche so weiter und der nächste Montag dann wiederholt sich das so. Bei mir im dualen Studium ist es so, dass ich an einem Außenstandort bin, bedeutet da studieren so an die 100 Studenten und Studentinnen allerdings immer abwechselnd. Also wir sind meistens immer nur so 40 oder so, die vor Ort sind und in meinem Studiengang und Studienjahr jetzt sind wir 25 Studenten, also eine sehr, sehr kleine Gruppe und deswegen erinnert mich das Studieren jetzt hier in diesem speziellen Fall auch wirklich irgendwie ein bisschen an Schule, weil es halt nicht so ein riesiger Vorlesungsraum ist, in dem ein Dozent so ganz, ganz weit vorne steht und unerreichbar scheint, sondern man arbeitet wirklich so ein bisschen mehr miteinander und auch ein bisschen mehr gemeinsam mit dem Dozenten. Es ist dann so, dass wir halt relativ lang leider hinfahren müssen bis zu diesem Standort, weil, wie ich eben schon gesagt habe, bei uns in der Nähe gibt es jetzt nicht direkt eine Hochschule, aber das habe ich dann eben in Kauf genommen und deswegen fahren wir jeden Morgen dann zu dieser Hochschule hin und dann ist es eben so, dass ich einen Stundenplan am Anfang des Semesters bekomme. Das ist eine Kalenderdatei, die sich von dem ersten Studientag bis zum letzten Prüfungstag hinzieht und in diesem Plan sind dann für jede Woche die Studienzeiten eingetragen und die sind nicht regelmäßig. Also bei uns ist es dann so, dass wir an einem Tag Vorlesungen haben, zum Beispiel an dem allerersten Montag und dann haben wir an diesem Tag nur ein Modul. Also wir haben da eine Marketingvorlesung, dafür aber den kompletten Montag. Also entweder dreimal anderthalb Stunden, viermal anderthalb Stunden oder fünfmal anderthalb Stunden an einem Tag. Zwischendrin sind dann immer kleine Pausen, aber da eben auch der Standort für die Dozenten meist ein bisschen weiter entfernt ist von ihrem Zuhause, fahren auch diese dann extra für diesen einen Tag her. Bedeutet, es kann dann sein, dass ich am 12.10. dann halt Informatik habe, am 14.10. habe ich Mathe und am 16.10. habe ich Marketing und dann den Montag habe ich aber frei und dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Vorlesungen und dann habe ich Freitag und Montag frei. Ihr habt gerade schon rausgehört, ich habe dafür nicht jeden Tag Vorlesungen, also im Schnitt ist es so, dass wir drei- bis viermal die Woche zur Hochschule fahren und wenn wir keine Vorlesung haben in dieser Studienzeit, dann müssen wir aber trotzdem nicht arbeiten gehen, sondern können die Zeit dann nutzen, um Vorlesungen nachzubereiten und uns auf die Klausuren schon vorzubereiten. Und die Prüfung und das Lernen läuft aber genauso ab wie an einer klassischen Universität oder Hochschule, nur dass wir auch die Prüfungstermine vorgegeben bekommen. Also wenn wir unseren Stundenplan am Anfang des Semesters bekommen, dann sind dann auch schon alle Prüfungen eingetragen, die finden eben in den zwei Wochen nach dem Semester statt und da werden dann in jedem Modul Prüfungen geschrieben und diese kann man bis zu dreimal wiederholen, also man kann zweimal durchfallen und sie halt dreimal schreiben, falls das nicht klappen sollte und man kann das eben nicht wie im klassischen Studium so schieben oder mal ein Modul nicht machen, sondern welche Module in welchem Semester erfolgen, sind fest vorgeschrieben und da man seinen festen Stundenplan bekommt, muss man dann an denen auch im entsprechenden Semester teilnehmen. Apropos teilnehmen, tatsächlich gibt es durch das duale Studium hier auch eine Anwesenheitspflicht, also man muss jedes Mal eine Anwesenheitsliste unterschreiben, da das Unternehmen einen eben auch in dieser Theoriephase bezahlt. Also ich bekomme mein Gehalt über zwölf Monate im Jahr, egal ob ich jetzt gerade in der Uni bin oder eben am Arbeiten und deswegen wird vom Unternehmen eben auch verlangt, dass man in den Vorlesungen anwesend ist. Generell muss ich aber sagen, dass gerade von meinem Unternehmen und auch das, was ich von meinen Kommilitonen mitbekomme, kein Leistungsdruck herrscht. Also es ist jetzt nicht so, dass man bei einer 1,7 oder 1,8 irgendwie gefragt wird, was zum Teufel man da gemacht hat. Man sollte natürlich am besten alle Prüfungen bestehen und sollte man durchfallen, dann muss man das dem Unternehmen melden. Allerdings ist da weder mir noch ein meiner Kommilitonen bisher irgendwas Negatives widerfahren, weil, wenn ihr ehrlich seid, wissen auch die Menschen an der Arbeit oder die, die dir dann halt vorgesetzt sind, dass man wirklich nur Mensch ist und man manchmal halt schlecht lernt oder einem Fächer nicht so liegen. Also das ist wirklich überhaupt nicht schlimm bisher und ich denke auch nicht, dass sich das noch großartig wenden wird. Und deswegen muss ich sagen, finde ich die Kombination von diesem Theorie und Praxis direkt schon im Studium wirklich sehr, sehr gut. Ich bin damit sehr, sehr zufrieden und habe auch im Rahmen meines dualen Studiums die Möglichkeit, ein Auslandssemester zu machen. Die Möglichkeit hat man ja im klassischen Studium ebenfalls. Allerdings kann ich kein Urlaubssemester oder ähnliches machen, weil man ja einfach in dieser Zusammenarbeit mit dem Unternehmen steckt und dann ja auch finanziell daran gebunden ist, sage ich mal. Ansonsten muss ich aber sagen, dass ich das duale Studium wirklich sehr genieße. Ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass man so eine kleine Gruppe ist und alle so zusammenarbeiten, man leichter lernt. Die Klausuren und Inhalte sind absolut nicht einfacher als jetzt an einer klassischen Universität oder Hochschule. Also dahingehend nimmt es sich nichts, aber durch die Art und Weise, wie man es vermittelt bekommt und dass man auch mal eine Frage stellen kann, wenn man jetzt was nicht versteht und die einem vielleicht auch dreimal beantwortet wird oder einfach ein Kommilitone direkt im Gespräch darauf eingehen kann. Das erlebe ich einfach als sehr, sehr angenehm. Muss natürlich auch zugeben, ich saß jetzt noch nie in einem großen Vorlesungshörsaal, aber ich persönlich bin mit meiner Entscheidung sehr, sehr glücklich und ich hoffe, ich konnte euch hier einen kleinen Einblick in mein Studium geben und in das, was ich gerade mache. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr mir zugehört habt und eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Es klingt jetzt gerade, als würde ich eine PowerPoint-Präsentation beenden, aber so ein bisschen ist es ja auch für mich. Ich hoffe, ich konnte euch meine Inhalte gut vermitteln. Nee, aber Spaß beiseite. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt die mir gerne bei Instagram, wie gesagt, hier in die Kommentare. Instagram-Nummer ist sarahselin.x und ich hoffe einfach, dass ich euch ein bisschen weiterhelfen konnte, vielleicht schon mit dieser Folge, aber auch, dass ihr in den nächsten Folgen mal vorbeischaut und reinhört und ich euch vielleicht auch da einfach ein bisschen weiterhelfen kann. Wie gesagt, gebt mir gerne ein Feedback. Das ist meine erste Folge, das ist das erste Mal, dass ich einen Podcast aufnehme. Also ich bin wirklich offen für Kritik. Schreibt mir alles, was ihr vielleicht als Vorschlag habt, was ich ändern könnte. Schreibt mir Fragen, was ich mit den anderen besprechen soll und dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder.